Die Unterlid-Faltenbehandlung ist eine der beliebtesten Behandlungen hier bei uns. Das liegt natürlich daran, dass wir ein natürliches Ergebnis hier bevorzugen und die Behandlung mit einem Mix aus Botulinum, Toxin und Hyaluronsäure durchführen. Die Patientin ist jetzt nicht das erste Mal hier für diese Behandlung. Sie kommt in Abständen von sechs Monaten zu uns. In der Regel ist die Behandlung zwischen vier und acht Monaten durchzuführen, je nachdem wie stark die Ausprägung ist. Hier sieht man noch die Effekte der letzten Behandlung, sodass man hier die Fälte nicht mehr so stark sieht. Aber die Aufbaubehandlung ist hier natürlich auch notwendig. Die Behandlung ist schmerzfrei, wie man das hier an den nicht zuckenden Augen erkennen kann und geht innerhalb von wenigen Minuten vonstatten, sodass man dann am Ende bei fachmännischer Behandlung durch einen Facharzt für plastische, städtische Chirurgie, der auch Erfahrung in diesem Bereich besitzt, komplikationsarm durchgeführt werden kann.